Okay, da sind wir wieder. Dann nochmal von vorne. War ein schwarzer Bildschirm oder war es das? Komplett abgesoffen. Naja. So, wo ist nochmal? So, Tür suchen. Jupp. Ja, es geht Ihnen gut. Ich bringe Sie nach Hause. Oh Gott. Vielen Dank. Bis bald. Gern geschehen. Einsatzgebiet verlassen. Ja. Hat das jetzt XP gegeben oder was? Stimmt nicht, ne? Ich habe nicht darauf geachtet. Das ist natürlich schade jetzt. Das ist natürlich richtig schade. So eine Kontrolllinge. Safehouse. Haupt. Einsatz. Wo kann ich denn die Waffen abgeben? Verdammt. Wie komme ich an so Schlüssel dran? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Was ist das jetzt hier? Ich gehe mal dahin. Das ist grün. Ich will das jetzt wissen. Sehr wahrscheinlich ist grün grün, ne? Okay. War egal. Ich will das jetzt wissen. Ah. Warte. Oh. Ist ja nie mehr los. Ich habe hier trainiert. Jo. Hast du gesehen? Hast du gesehen? So, was habe ich jetzt... Was geht? Plätze. Fertig. Los. Sie sind unglaublich. Noch mehr oder was? Hm. Ich sehe keinen mehr. Entschuldigung. Naja. Ich weiß, aber... Danke. Ja, 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 ja. Wo ist denn der andere? Helf mir nochmal hier. Verdammt. Ist hier kein mehr. Das versuchen sie gleich nochmal. Nee, nee. Lass mal. Hast du die XP gegeben? Komm mal, komm. Nachladen. Ja, 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 ja. Ist das ja wunderbar. Wirklich? Okay. Ja, ja. Ja, wirklich. Wirklich. Es ist mir noch. Wirklich. Wirklich. Ich kann auch noch nicht denken. ist das der wunderbar. Nein, keine Zeit für sowas Freund. Hau rein. War nett. So. So. Das ist ja nichts, was ich hier. Ja, wir reisen mal da. Und dann gehen wir mal dahin. Schauen wir uns die Scheiße mal an. Und dann zugenäht. Na? Achso, die habe ich schon. Das ist Wundegebelle. So gut. Was? Ja, das ist gut. Wir haben mehr als genug Vorräte. Vielen Dank für alle Ihre Hilfe. Alle spenden. Warte, 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 mein Freund. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Wir machen jetzt hier, pass mal auf hier, ähm, Gott nicht, die uns zerlegen, wer, hä, warte, 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 warte. Wow. Wow. Herrlich, oder? Krass. Aber die macht zu wenig Auer, ne? Markieren als Spende. Hat die mehr Auer als meine? Ne. Markieren als Spende. So, jetzt pass auf. Hör mal, mein Freund. Guck mal hier. Wir kommen erst mal zurecht. Hä? Hm. Was war das gar nicht, ne? Nee. Wie geht das denn, verdammt? Aber wie kann ich dir denn Waffen geben, verdammte Scheiße? Wir müssten voll versorgt sein. Ja, ich weiß. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Nee, hab jetzt keine Zeit zu. Kann ich dir vielleicht Waffen geben? Nee. Hm. Henry macht sich Sorgen wegen Outcast-Aktivitäten beim verlassenen Disease Control Department. Na komm, dann gehen wir jetzt da rein. Ich verbinde. Sind Sie da, Henry? Ja. Wir haben das alte DCD im Auge behalten. Mit grünem Gift Infizierte haben sich von dort aus auf den Weg in Richtung Campus gemacht. Sie sind wohl auch zu anderen Zentren der Zivilisten unterwegs. Wir müssen den Laden zumachen. Hm. Ja, machen wir das. Nachschublieferung. 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 3 Meter. Okay. Okay. Kämpft. Okay. Ach, jetzt bin ich hier bei dieser... Granate fliegt. Ja, Granate fliegt. Granate fliegt. Granate fliegt. Seh niemanden. Der Affe flucht. Ich erlöse dich. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ich weiß ja nicht, ob du hier hoch darfst. So, du gehörst zu mir. Ja dann. Ach du auch. Ja dann. Ja dann. Ja dann kümmere ich mich schon um die Kisten hier. Feinde haben eine Nachschublieferung geöffnet. Na auf die Scheiße. Na toll. Nachschublieferung. Eingelassen. Kein gelber Atemburg. Alle Kisten sind nun leer. Na toll. Nachschublieferung erfolgreich. Sich näher in Feinde erkannt. Ach. Ach. Ach du hast was am Knie. Ach du hast was am Knie. Ach du hast was am Knie. Ach. Haben wir alles hier oder was? So weit ist es gekommen. Ja ja. Ich weiß. Die wollte ich gar nicht hin Mädchen. Ich wollte dann da. So ich muss weiter. Man sieht sich. Äh. Hast du eine Handy Nummer für mich? Ja okay. War ein Scherz. Kann sein können oder? Ja. So. Dann nehmen wir mal hier. Die Waffe. So. Was wollte ich denn jetzt hier? Ja. Lang. 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 Komm mal her Drohne. Oh. Sie hat ausgedrohnt. hier ist ein verlassener Rucksack. Lang. Oh. Guck mal. Ich habe hier was zu essen gesucht oder was? Arbeiten. Hallo. Na wie geht's? Alles gut? Sie und die Division verdienen unseren Dank. Ja ja. Ich weiß. Habe ich es? Habe ich es? Habe ich es? Habe ich es? Habe ich es die Waffen gegeben oder was? Ne. Ja. Ja man. Äh. Aha. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ich brauch hier mein Ding da oben drauf. Krieg ich das da drauf? Sofortige medizinische Hilfe. Das gibt jetzt ab Like und auf das die Drohle puedomü ST. Ent FORN. oh 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 warte mal den müssen wir glaube ich kaputt machen genau hallo hallo nee müssen wir da mal müssen wir da mal hingehen aktives terminal erkannt schließen sie isaac ans terminal an und besorgen sie uns daten so wo muss ich denn hier hin ja 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 verbindungen hergestellt ist sie die datenstrom aktiviert mal sehen was wir hier haben auf der nordseite ist unweit ihrer position ein aktives labor das sollten sie als erstes stilllegen alles wird sterilisiert oder nicht isaac findet kein gas für die dekontaminierung sie müssen die zufuhr deaktiviert haben nehmen sie die hauptleitung im keller das sollte es wieder zum laufen bringen wieder rein okay den generalschüsse öffnen sie die brennstoffleitung dann sollte das gas zur dekontaminierung ausreichen ja 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 ich weiß ja ja ich weiß so meinst den treffer ja gut ok so meinst den treffer ja gut ok so meinst den treffer ja gut ok das war jetzt sehr knapp brenn 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 So was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Ah, das habe ich nicht genommen. Jetzt. So, komme ich da? Ja. Okay. Wir kommen wieder hin. Ah, ja. Junge, Junge, Junge. Virenproben erkannt. Okay. da haben wir alle ja dann müssen wir da rein ach du scheiße derzeit kommen die kisten durch hallo ja mal eine drohne ohne verdammt mir leid ohne ice war der drohne drauf hier Scheiße, ich kann mich nicht heilen. Sie sollten auf der anderen Seite der Baustelle des Westflügels Zugang zur Leichenhalle haben. Wurden die Leichen nicht richtig entsorgt, könnte es wieder zu einem Ausbruch kommen. Das wird sich ja beruhigend dann. So Freunde. Ach du Scheiße. Verteilt euch und sucht sie, sie können überall sein. Was ist die Leichen? Wir haben die Leichen die Leichen. Was ist die Leichen? Woher, woher. Was ist das? Vernichten Sie alles, was kontaminiert sein könnte. Ups. Ach du Scheiße. War das der Plan oder was? Scheiße, nein. Hohoho. Ehrlich? Boah, stinkt das hier. Hier waren wir noch nicht, ne? So können wir rüber nicht dran erinnern. So können wir noch nicht. Was ist das? Guck mal, Granaten habe ich ja auch, die benutze ich so selten. Ich habe das Gerät erkannt. Warte mal, können wir doch mal... Okay. Das Ding ist immer noch eile. So, da lang. Oh, Freunde. Jetzt hier raus, oder? Ja. Ja, das wollte ich dir sagen. Jetzt kapiere ich die Sache mit dem Bauernopfer. Ah, warte mal hier, den Kanister. Na, Scheiße. Ja, ja, ja. Ja. Geht ihr nicht kaputt. Okay. Das Datenanalyselabor des DCD ist dort vorne. Schauen Sie sich nach Daten für Kerzer um. Ist nix, okay. Okay. Datentransfer initialisiert. Na. Mir kommt doch bestimmt noch was. Elektronisches Gerät erkannt. Oh. Was habe ich dir gesagt? Oh. 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 Oh Datentransfer abgeschlossen. Die damit... Geht doch da weg. Agent verstorben. Nein, 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 nein. War ich da hingesch... Schlafenanalyse-Labor des DCD ist dort vorne. Schauen Sie sich nach Daten für Kelso um. Ach, Mann. Und jetzt nochmal wieder? Bestimmt, oder? Datentransfer initialisiert. Ja. Ja. Okay. 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 Was ist das? abgeschlossen ok die proben sind vernichtet und es gibt nicht mehr viel was die outcasts von dort aus anrichten könnten ich will erst mal meine dinge mitnehmen da sind sie sein sie vorsichtig so sind wir noch oh Was ist das scheiß Vieh denn jetzt? Geht's immer noch heule Ja, ist schon ein bisschen spät Ist schon ein bisschen spät Solange wollte ich ja gar nicht machen Was? Das ist schon wieder so ein scheiß Teil Wow Alter Schwede Das ist scheiß Deine Nein, steht er auf Warte, die haben so solche Wie heißen die? Ja, solche Wie heißt das jetzt? Wie heißt das jetzt? Wie ist das? Okay, warte Wie heißt das? 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 Boah, wie sinkt das denn? Wird ja wieder dingig. Mamia. Oh. Oh. Das Labor ist zerstört und die Outcasts können die Siedlung hoffentlich nicht mehr mit ihren Leuten infizieren. Noch ein Aufbruch ist das letzte was wir brauchen. Danke Agent. Bitte, bitte. Kommen Sie zur Basis, wenn Sie was dazulernen wollen Agent. Also Freunde, mal eben ganz kurz. Wir haben Bilder von Emeline, der Anführerin der Outcasts. Das müssen Sie sich ansehen. Bei ihm ganz kurz war er wohl nicht. Okay. 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 Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.